in der hoffnung dass hier was zu essen gibt und zu pinken ja nice aber wir müssen auch mit der gesundheit wieder voll werden und hier in der nähe was zum pennen haben wir jetzt nichts was geht mit den hunden wirklich von nachbarn hier gibt es nicht mehr so wir probieren mal das jahr aus wofür ist denn das ich rach jetzt nicht wofür die sind so wie viel haben wir jetzt von creeps gerettet gut dann hier oben kriegen wir noch die nächste so topnado nochmal jetzt jetzt ja ja trick sie machen war so wo sind sie so runter mit euch 21 haben wir geschafft nice wäre ich hier geblieben nice trick sie bist die geilste jetzt so karl kann ich das so ich brauche dich jetzt da oben karl du weißt aus welchen gründen weil das gut geld gibt jetzt jetzt äh komm ich jetzt raus irgendwie das war ein kleiner bug jetzt äh ne wir gehen wieder hier drauf ja ja das haben wir begriffen so dann gehen wir mal dahin können wir verkaufen gehen so karl wo bist du so einmal bis hier hin so wo haben wir das so so und hier nochmal so 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 ich habe nicht zugewiesen talent punkte ok äh stimmt ja das brauchen wir nicht dann machen wir aber den so und creeps verschaffen dir mehr gegenstellen wenn sie ihre zugewiesene mission erledigt haben das müssen wir auch mal machen so dann können wir das da einmal kaputt machen ey es hat eiskalt über meine schokoriegel gelaufen hat einen Arsch warte mal wir haben ja äh der Tornado können wir da nichts einfach so damit oder muss das jetzt wirklich hier so eine Art Jump'n'Run gemascht werden warte mal warte mal dann machen wir wieder so warte mal dann machen wir wieder so so fein fiesers er rumschappen nice warte wir können das da auch mal wieder ausprobieren vielleicht schaffen wir es jetzt mal schneller wollen weil wir jetzt auch wissen wo die dudes sind ja den text kennen wir ja schon so die alle ganz da hinten hä also da da sind sie so die lüppi männer ähm ja sein sein gemächt war jetzt erst mal schön und voll im gesicht so so ich habe eine idee so geht das jetzt schneller wenn wir den da drauf packen ja jetzt deutlich schneller dann machen wir nicht mal so hallo nimm ihn auf ja ist aber deutlich besser so nicht gesund also wenn du es denkst dann machen wir diesen Menschen ein favor nein ja einer noch einen noch dann haben wir es geschafft so dann haben wir jetzt dann haben wir es jetzt gleich so okay geht auch deutlich schneller mit karlchen als äh fahrzeug sag jetzt mal so gucken wir mal was wir hier haben kannst auch haben so was fehlt uns noch wir haben hier noch eine quest für rich man können wir auch mal machen mal gucken was wir da kriegen ne das wollen wir nicht ne das wollen wir nicht ah geil wieder einen schönen leckeren burger komm enttäne mich und du wirst du süß die reward ja komm ja ich muss sagen was wundervoll 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 ich ich würde wundervoll wundervoll schaff wundervoll wundervoll weg wundervoll wundervoll los wundervoll k Marcel wundervoll So, ah, diesmal haben wir aber deutlich weniger Zeit. Nein, den haben wir nicht geschafft. So, nochmal zurück umdrehen. Da haben wir wieder jemanden. Nein, komm. Äh, nein. Wieder zu viele Polizisten. Da. Ähm. Ne, bitte nicht. Zählen die auf? Ja, die zählen mit. Ja, nice. Das haben wir geschafft. 25 Dollar haben wir dafür bekommen. Jetzt schnell die Polizisten loswerden. So, wo können wir am besten abhauen? Ah, da ist wieder einer. Schnell irgendwie weg. Jetzt müssen wir ganz schnell abhauen. Äh, nee, schnell. Ah. Was sagen wir zu den Polizisten? Nicht heute. Nein, das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. So, jetzt wollten wir aber hier zur Vogeldame. Aber jetzt eigentlich mit dieser Fähigkeit, äh, Taubnado, was wir haben. Und da müssten wir eigentlich hier, äh, mittlerweile, das andere hier, äh, vom Ridge-Männchen schaffen können. Wenn wir da für Chaos sorgen. So, da haben wir die Vogeldame. So, da haben wir die Vogeldame. Hm, ja. Also damit. 40 Federn. 30. 25. 20. 15. Den könnten wir schon freischalten. Und den hier auch. Ah, okay. Ähm. Verfügbar. Fliegerkostüm. Tja. Ich würde da gerne mehr machen, also, nee, nicht den. Den hier würde ich eigentlich machen. Gangsterkostüm. So, nice. Haben wir uns erst mal ein paar Chips gegönnt. Boom Hunter. The cheapest way to keep bombs at bay. Okay. So. Beziehungsweise, wir könnten aber auch. Wo haben wir noch? Quests. Eigentlich nur noch hier die beiden. Komm, dann machen wir erst mal die Hauptquest. Bei ihm haben wir jetzt auch nicht so viel. Äh, komm. Sollen die Creeps das machen? Dann hier hoch. Dann können wir eben bei uns, ähm, schuppen. Auch noch, äh, mal anfangen zu bauen und hier, ähm, ein bisschen, also, zu recyceln meine ich eher. Bau machen wir nächstes Mal. Jo. Ach komm, Karlchen. Noch ein bisschen näher dahin. So, was haben wir zum recyceln? Hm, den hier. Und das. Sonst haben wir nichts mehr zum recyceln. Nur Schrott ohne Ende. Und Pappe auf. Sehr viel. Äh, ich mach das mal so. Bisschen sortieren. Ordnung muss ja sein. Kommt das hier hin. Das hier hin. Kommt das hier. Das hier. Und so. Und, das nehmen wir. Und, wie weit ist er? Ja, später. Erst, erst mal. Ja, ich muss erst mal Kippen für dich herstellen, ja? So. So. Das muss jetzt reichen. Ja, aber nicht jetzt. Und dann rein da. So. Hi, Taxi. So, was hast du für uns? Ah, okay. Und das soll funktionieren? Und dann. Die Kinder zu schwimmen in die Zeit, wenn die Zeit richtig ist. Mit ihren Hilfe, du kannst du nicht mehr verabschieden und transportieren die Maschine zum Rooftop. Natürlich. Du musst erst einmal verabschieden, die Sicherheit zu verabschieden. Ihr Freund von Hotdog-Friend wird dir helfen. Wir haben bereits erwartet, dass er derjenige Essen für Eval-Way-Scientist sein wird. Ist der Plan klar? Um... Schöne, dann! Das ist es, Freund. Die Zeit hat endlich gewonnen, um Eval-Way-Assen zu schreien. Ich würde sehr gerne einen direkten Bezugreifen. Ich würde mich wiederholen, um ihre dumme Gesichter zu spüren. Aber wenn ein bisschen von Espionage bessere Chancen für Erfolg hat, dann wäre es so. Dann machen wir erstmal hier... ...die beiden Doktoren und so... Äh, ne, den Doktor und den Richman noch fertig. So. Ja, komm. Nein! Ich will da hin. Äh, da. Da kommen wir runter. Steuerung ist echt, äh, für den Arsch hier mit dem. So. Ja, komm, ich will durch. So. Was will er? Hier? Wen will er haben? Welche fünf Versuche? Und dann... Blöden... Blöden? Warum? Es ist illogisch, impräktisch, pointless. Aber trotzdem, sie persistieren. Es muss etwas dazu sein. Ich will wissen, was. Nichts, du? Ich hab immer... Ich wusste immer, dass du ein Wissenschaftler war. Fülle diesen Container mit haare Individuen und wir kommen zu dem Boden. Drei diese Haare Individuen in den Kontext. Die ersten Protokolle haben wir schon. Die erste Vigte unserer kleinen Experiment. Und dann... Schnauzbart geht auch, ey, der liegt ja noch. So. Hä? Zählt der etwa nicht? Knautzbar zählt also nicht. Okay. Aber das zählt als Bart. Hoffentlich. Hallo? Rein mit ihm! So, den haben wir auch. Testobjekt Nummer 3. Äh, nee, nicht vor's Auto. Er hat auch ein Bart. Äh, nee, bitte nicht. Ja, eine Bartige, äh, wertige Person noch. Schnußbart, nee, aber den hier. Komm, nimm ihn auf! Ja, nice, haben wir geschafft. Summa Bum Laude haben wir geschafft. Und Level 22. Nice. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir machen das hier. So. Das nehmen wir auch nochmal auf. Thor, der Donnergott, okay. Okay, wir haben es geschafft, aber hier kommen... Ja, wir kommen hier aber nicht raus. Ja, wir kommen hier aber nicht raus. Das heißt, wir machen jetzt noch einmal da vorne. Wir gehen an denen noch ganz normal vorbei. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt für ihn hier Chaos stiften können. Der Riftman, da hinten ist er. Ich hoffe, wir schaffen das dieses Mal. Ich hoffe, wir schaffen das mit, äh, Dings, wie heißt das? Ja, das kennen wir. Ich hoffe, wir schaffen das mit Taubnado. Äh, wie viele von denen kommen da jetzt? Not in Kansas anymore. Aber wir haben jetzt keinen Unfall verursacht. Das zählt nicht als Unfall. Okay, schade. Aus. Ähm. Doch, das zählt. Es ist ein guter Moment, um zu schützen. Ein Hamburger, auf jeden Fall. Es scheint, dass wir sicherlich wegkommen. Ah, okay. Wir haben alle ausgeschaltet, das heißt dann... Aber dann müssen wir wahrscheinlich eher... ...Hurrican machen. Äh, hallo? Okay, dann vielleicht doch... Äh, Taubnado? Gar nichts. Taubnado bringt wirklich nichts. Ah, doch, ein bisschen. Ein bisschen was bringt das. Komm, warte, warte, warte. Ja, jetzt kommen die von wieder, natürlich. So, kann ich das hier jetzt irgendwie nutzen? Ja, irgendwie muss er doch klappen, oder? Ja, irgendwie muss er doch klappen, oder? Okay, mit dem kriegen wir das hin. Aber das wird irgendwie... ...nicht so laufen, wie ich das denke. Ich denke... Kann ich irgendwie Polizisten jetzt hier schnell wieder loswerden? Warum liegt der jetzt auf ihm? Ja, ich spiele es die Meinen. Ja, ich spiele es auch. Ja, ich spiele es. Jeb, ich spiele es nicht. Ja, ich spiele es nicht. Ja, ich spiele es nicht. Ich werde das nicht. Oh, yeah. You're going down, Kreeb. You shouldn't have messed with the bugs. You shouldn't have messed with the bugs. You shouldn't have messed with the bugs. Bis zum nächsten Mal.